Die Tischtennis-Ikone überhaupt, Jan-Uwe Baden, Tischtennis-Weltmeister 1989 und 1997, 1997 ohne einen einzigen Satz bei der Weltmeisterschaft verloren zu haben. Olympiasieger, Weltmeister mit der Nationalmannschaft, mit den Schweden. Außer dem WM-Finalist 1989 und 1991, 1991 verlor er im Endspiel gegen Jürgen Persson, gegen den Räumel, als ich das Finale gewonnen habe. Okay. Okay,исieger kurz zu sehen. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Ich werde es nicht mehr so schnell gehen, ich werde es nicht mehr so schnell gehen. Vielen Dank für's Zuschauen!